Es ist eine große Überraschung. Anfang 2023 haben sich Sylvie Meis und Niklas Castello getrennt. Seit September soll sie nun den niederländischen Unternehmer Wim Beelen daten. Einen gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten die beiden noch nicht. Bis jetzt. Denn bei der Lounge-Party ihrer Freundin Dr. Emmy Apa am 19. Oktober in Berlin überrascht Sylvie mit ihrer Begleitung. Sie erscheint mit ihrem Wim. Arm in Arm posieren die zwei ganz vertraut für die Kameras auf dem roten Teppich. Für diesen besonderen Auftritt hat sich die Moderatorin für ein knappes Samtkleid entschieden, in dem ihre Beine mit den passenden Pumps perfekt zur Geltung kommen. Das blaue Dress mit dem tiefen V-Ausschnitt steht der 45-Jährigen wirklich hervorragend. Ihr strahlendes Lächeln während des gesamten Abends spricht Bände, dass Sylvie sichtlich glücklich ist.